Oh, Sensa, was geht? Was? Sag mal deine Nasen noch. So saubere Nase. Was geht ab, wir sind hier jetzt fertig mit dem Videodray. Pascal ist dick schlau, das ist Yunus. Dick schlau, Pascal. Blackbird, auf jeden Fall, ja man, Daniel braucht ein Wörterbuch und seine Hose sieht aus wie eine Leggings. Nur eine BH, da machen wir hier Striptease. Genau, Alem. Ah, ja, ja, Coco Jumbo, ah, ja, ja, Coco Jumbo, hear me out, touch the ground, hear me ... warum auf mich? ...drippen werden und alles zerstören.